Drei Minuten vor sieben. Morgen. Morgen. Start Nummer 16. Start Nummer 20. Name. Start Nummer 27. 34. Wieder Wolfgang, die Wolfstein. Wo ist der Wolfgang? Das Startkommando kommt ohne fertig. Also nur auf die Plätze und dann Schuss. Danke. Es brummelt die Monoren. Weh, weh. Alles fiebert. Alles zittert. Nur noch wenige Sekunden. Auf die Plätze. Alle, alle. Auf. 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 Ihr schaut euch den Film auch an, oder? Ja, normalerweise schon. Ja, da ist ja recht. Das Klug sagt, in der Früh um die Zeit ist das Laufen am schönsten, gell? Das ist optimal. Die und Schwelbe werden eigentlich nicht. Glaub ich auch. Und nun der Spitzenläufer von der Laufgemeinschaft Windelstein, der seinem Namen eine Ehre macht. Wenn ihr jetzt vielleicht eine neue Namen anfahren könnt. Engel! Danke! Du bist der Engel, du bist an der Spitze dran, gell? Das Licht ist gar nicht gut. Komm mal, ich bin schön. Der zieht gleich gericht. Wenn ich manchmal nicht störe, muss ich das sagen, gell? Okay, das sieht man doch alles recht schön. Na na. Oh! Oh! Bravo! Dann Spitzenposition, der TSV Rot 1. Gat! 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 So, der Arim kommt ins Ziel. 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 Und zum Endsport. Wow, da ist noch was drin. Jetzt haben wir die bessere Ausgangsposition. Stadt Nummer 27, Daumenlaufdrechtsbahnstetten. Einen kräftigen Applaus. Bravo, bravo. Untertitelung des ZDF, 2020